Das ist Filippo. Das ist ein kleiner Drache. Ja, das ist ein kleiner Drache. Oh, was zu essen? Was zu essen? Nee, ist nichts zu essen. Also, Filippo ist ein kleiner Drache. Das ist nichts zu essen. Doch, doch, hör auf, das ist nichts zu essen. Hör auf, hör auf, hättet es. Das ist nichts zu essen. Das ist ein Brötchen. Das ist aber kein Brötchen zum Essen. Lasst es in Ruhe. Das ist ein fertiges Puzzle. Das ist ein Puzzle, das habe ich gerade fertiggestellt. Ein Puzzle? Ja, das waren 50.000 Teile. 50.000 Teile? Ja, das waren vorher Semmelbrösel, da habe ich ganz lange gebraucht für. Du bist doch nicht ganz dicht. Stimmt.